Ja, Herr Kuhmann, also Pensionszusagen sind ja ein spannendes Thema oft, weil es gefährlich werden kann. Das heißt, die Zusagen können falsch gemacht sein oder sie können sich im Laufe der Zeit überholen, steuerliche Fallen bergen. Was genau kann denn da ein darauf spezialisierter Anwalt tun? Wir können als spezialisierte Anwälte für betriebliche Altersversorgung die vertraglichen Vereinbarungen auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. Zum Beispiel zum Thema Abfindungsklauseln gibt es hier eine BMF-Schreibung aus dem Jahr 2005, das genau vorschreibt, wie eine solche Abfindungsklausel zu fassen ist. Ist sie so nicht gefasst, führt das letzten Endes dazu, dass Rückstellungen aufzulösen sind, und zwar in voller Höhe, ungeachtet des steuerlichen Schadens, die man dadurch verlösen kann. Wir können diese Klauseln so formulieren, dass sie von der Finanzverwaltung anerkannt werden und der Unternehmer letzten Endes Rechtssicherheit dahingehend gewinnt.